Und jetzt nehmen wir... Was nehmen wir mal? Ich schlage vor, wir nehmen den... Den, den, den. Nehmen wir mal wieder den Quattro. Und dann zum Schluss den 205. So, jetzt gemischte Oberflächen, Sektor 1 und Sektor 2. Alles klar. Jetzt müssen wir aber einiges aufholen, denn das war ja gar nicht gut. Oh, mir wird warm. Das kommt eigentlich auch nur bei DirtReady vor, dass es mir so warm wird. Ich habe schon wieder die Handbremse gedrückt und wundere mich, warum es nicht losgeht. Auf einmal war der Boden, war der Boden weg. War die Bodenhaftung weg. War der Bodenhaftung weg. War die Boden weg. Such dir was aus. Dann vertröste ich mal wieder auf den zweiten Durchgang. Ui. Vielleicht ist es auch an der Zeit, dass ich Pause mache. Ich gebe einmal mein Bestes. Das wird schon. Es ist noch immer Jotje-Jange, ne? Aber das stimmte noch nicht mal. Wir haben ja schon in der einen Rallycross-Saison versagt. Das ist noch immer Jotje-Jange. Hallo, Schotter. Lange nicht gesehen, alter Freund. Ach ja, hier fühle ich mich doch wie zu Hause. Hätte ich vor einem halben Jahr oder so noch nicht gesagt. Dass ich mich auf Schotter wie zu Hause fühle. Da hätte ich noch gesagt, war es, aber da hat man noch kaum Bodenhaftung. Tja. Gewusst wie. Käm mir jetzt gut, wenn ich jetzt aus der Kurve fliegen würde. Gewusst wie. Aber nein. Ich weiß wie. Und da ist das Ziel. Okay, dann machen wir es mal besser. Das war ja nicht so. Hoppala. Da habe ich wieder das Mikrofon verprügelt. Tut mir leid. Und weiter geht's. Dann schnell reparieren und nochmal von vorne. Das war mir doch ein bisschen zu frustrierend gerade. Nur ein bisschen. Jetzt Konzentration. So, das lief schon mal besser. Also. Ja. Ja. Aber. Davantes. So. Ich hätte esono, Gleich assistir. So, das war. värヤチ. ezaus. Ich weiß, es wusste. Ich hab mich jetzt nicht damit diagnosmäßiert. Ah, ich hab schon gedacht, wir fliegen jetzt gleich in die Zuschauer. Ah, ich hab gedacht, wir fliegen jetzt gleich ab. Aber nein. Das Glück ist auf unserer Seite, oder? Oder etwa nicht? Ich hoffe. Ja, schön. Kann ich gut gebrauchen. Ah, 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 was mach ich? Was mach ich? Bremsen mach ich. Und Kurve kriegen. Okay. Ah, ah. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Platz und das geht klar. Finde ich. Gut. Danke fürs Ertragen des Videos für heut. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, wo willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.